Grabscher. Pete Davidson greift Kasebon das an den Po. Pete Davidson, 29, kann seine Finger offenbar nicht von seiner neuen Flamme lassen. Der Satur Day Night Live-Star ist mittlerweile bekannt dafür, immer die schönsten Frauen an seiner Seite zu haben. Nach seiner Beziehung zur Reality-Ikone Kim Kardashian, 42, DTR kurzt das Model Emily Ratajkowski, 31. Seit einigen Wochen wird er immer wieder knutschend mit Kase Sui Wondas, 26, gesehen. Auf aktuellen Fotos langt er der Schauspielerin sogar beherzt ans Hinterteil. Bilder, die Pitch 6 vorliegen, zeigen die Bodys 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 Co-Stars am Strand von Hawaii. Auf einem der Fotos knutschen die offensichtlichen Turzeltauben innig. Die 26-Jährige steht auf zehn Spitzen und legt ihre Hand um Peters Hals. Während dieser ganz ungeniert an ihr Hinterteil packt. Auf anderen Schnappschüssen sieht man das neue Paar händchenhaltend und kuschelnd auf einer Strandliege. Kürzlich tauchten schon Turtelbilder der beiden aus ihrem gemeinsamen Urlaub auf. Ganz verliebt und eng umschlungen küsste der Comedian die US-Amerikanerin am Strand der Trauminsel. Diese Fotos lassen wohl keinen Zweifel mehr an der Liebe der beiden.